Das ist übrigens meins Glauben. Große Männer, große Brote. Große Männer, große Brote. Große Männer, große Brote. Große Männer, große Brote. Und wie war die Nacht? Gut. Diese Räuber schlafen noch. Ah, zwei Minuten haben sie noch. Die haben einschränkend Einfluss. Springen immer nur herum, rum, rum. Wo ist denn Appel mit die Botschaft? Hat sie sich irgendwo versteckt? Jetzt seid doch bitte mal vermütlich. Und kommt da endlich wieder weg, weg, weg. Oder in den Zoo oder so. Irgendwas mit Niveau. Irgendwas ohne Beat und Bass. Irgendwas, wo die Oma mehr bedeutet als Schokoladen-Schubladen. Wie wär das? Aber nein, natürlich wieder unser Kind, das den Kaffee macht und brennt. Die Anlage aufhebt, durch das ganze Haus fehlt. Und die Heimat... Bringe es zurück, oh, bring jetzt mein Herzi zu mir. Zack, Zack. Die Nacht war gar nicht mal so gut.